12 tolle Wege Gewicht zu verlieren, auch wenn du keine Zeit für das Fitnessstudio hast. Viele von uns wollen verzweifelt auf unseren Körper achten und uns in Form bringen, aber das ist recht schwer, wenn man kaum Zeit zum Schlafen hat, ganz zu schweigen davon, ins Fitnessstudio zu gehen. Glaube es oder nicht, es ist viel einfacher als es scheint. Du musst nur bestimmte Gewohnheiten aufgeben und sie durch gesunde Alternativen ersetzen. Lass uns einen Blick darauf werfen, wie du durch minimalen Aufwand Gewicht verlieren kannst. Aber bevor wir anfangen, vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren, damit du immer der Erste bist, der all unsere neuen Videos sehen kann. Nummer 12 Tausche Gemüse aus der Dose gegen gefrorenes Gemüse ein Wenn du ein Fan von Gemüse in Konserven bist, dann solltest du deine Präferenzen zugunsten deiner Diät ändern. Der zusätzliche Zucker und die Konservierungsstoffe in Gemüsekonserven entfernen einen Großteil ihres Vitamingehalts. Damit erhältst du ein nicht so gesundes Produkt, durch das du an Gewicht zunimmst. Ersetze eingemachtes Gemüse durch gefrorene Optionen und du wirst den Unterschied sehen. Tiefkühlgemüse ist viel gesünder, denn sie bewahren alle ihre Nährstoffe und enthalten keine Zusatzstoffe. Genau was du brauchst. Nummer 11 Knabberer an getrocknetem Obst statt Süßigkeiten Wenn du einen süßen Zahn hast, dann weißt du besser als jeder andere, wie schwer es ist, eine Diät zu halten. Du kannst einfach nicht aufhören über Nachtisch und zuckerhaltige Snacks nachzudenken. Aber für all die verführerischen Pralinen und Süßigkeiten gibt es eine einfache Lösung, durch die du deinen Heißhunger stillen, aber trotzdem Gewicht verlieren kannst. Ersetze sie einfach durch frische oder getrocknete Früchte und Nüsse. Auf diese Weise nimmst du nicht so viel Zucker und Fett zu dir, bekommst aber trotzdem etwas Süßes. Natürlich bedeutet das nicht, dass du die ganze Tüte Nüsse auf einmal essen kannst. Kenne deine Grenzen und tue alles in Maßen und du wirst tolle Veränderungen in deinem Gewicht und Aussehen sehen. Nummer 10 Jede gesunde Ernährung muss sowohl Obst als auch Gemüse enthalten. Aber einige Früchte helfen dir etwas mehr beim Gewichtsverlust als andere. Und das sind diejenigen, die Steine haben. Pfirsiche, Avocados und Pflaumen helfen den Cholesterinspiegel zu senken. Also mach sie zu deiner ersten Wahl, wenn du fit werden willst. Vergiss nur nicht, dass die Äthologen empfehlen, nur in der ersten Hälfte des Tages Früchte zu essen. Sie sagen, dass Obst am besten am Morgen zum Frühstück gegessen werden sollte. Denn es stärkt dein Immunsystem und hält Infektionen in Schach. Einige Ernährungswissenschaftler schlagen auch vor, jeden Morgen auf nüchternen Magen Früchte mit einem Glas Wasser zu essen. Versuche es aus und sieh, was für dich funktioniert. Nummer 9 Verzichte auf den Aufzug und nutze die Treppe Die richtige Ernährung ist extrem wichtig für die Gewichtsabnahme. Aber es kann nicht die ganze Arbeit alleine machen. Du musst es mit regelmäßigem Sport kombinieren. Dies ist der Schlüssel zu einem tollen Körper, sowohl von innen als auch von außen. Wenn du keine Zeit für das Fitnessstudio hast, dann mach dir keine Sorgen. Beginne einfach damit, die Treppe zu nehmen. Es verbrennt zusätzliche Kalorien und bietet deinen Beinen und deinem Hintern ein schönes Training. Das bedeutet nicht, dass du in den 15. Stock klettern musst. Verzichte einfach auf den Aufzug, wenn es dir möglich ist. Innerhalb eines Monats wird dir gefallen, was du auf der Waage als auch im Spiegel siehst. Nummer 8 Schnapp dir einen Hula-Hoop statt einer Tüte Chips Sobald wir von einem langen Tag im Büro nach Hause kommen, sind wir so müde, dass wir uns einfach ein paar Chips oder Popcorn holen und vor dem Fernseher entspannen wollen. Aber wenn du während des Fernsehens einen Snack knabberst, achtest du meist nicht darauf, wie viel du isst und du isst fast immer zu viel. Es ist natürlich nichts falsch daran, einen Film oder deine Lieblingssendung zu schauen, aber du kannst es auf eine gesündere Weise tun. Ersetze das Essen einfach durch Sport, wenn du TV schaust. Ein Hula-Hoop-Reifen würde die Abendnachrichten sicherlich spaßiger machen. Nummer 7 Ersetze kalorienreiche Desserts Wir haben bereits darüber gesprochen, deine Süßigkeiten durch getrocknete Früchte zu ersetzen. Aber was ist mit dem verlockendsten Essen von allen? Desserts! Nun, es gibt auch eine gesunde Alternative zu kalorienreichen Desserts, die du in Betracht ziehen solltest, wenn du abnehmen willst. Bestelle einen Obstsalat oder einen Nachtisch auf Basis von gefrorenem Joghurt. Anfangs erscheint das vielleicht schwierig, aber mit der Zeit wird es einfacher und zur Gewohnheit. Und all diese überschüssigen Pfunde, die du innerhalb weniger Monate verlierst, werden dir noch mehr Motivation geben, nie wieder zu deinen alten, zuckerhaltigen Optionen zurückzukehren. Nummer 6 Sage Nein zu fettigem Sauerrahm Ich weiß, ein weiteres leckeres Essen, ohne das man unmöglich leben könnte. Aber wenn du gesund sein und abnehmen willst, musst du den Sauerrahm aufgeben. Das Hauptproblem besteht darin, dass es viel zu viel Fett enthält. Tausche es mit einem natürlichen griechischen Joghurt aus. Dies hilft, überflüssige Pfunde in kürzester Zeit loszuwerden und enthält Jod, das sehr wichtig für einen gesunden Stoffwechsel ist. Griechischer Joghurt enthält auch Vitamin B12 und Kalzium. Sie helfen beim Aufbau starker Muskeln und haben eine große Wirkung auf deine Blutzellen. Eine viel bessere Alternative zu Sauerrahm. Nummer 5 Wähle den richtigen Kaffee Wenn du ein echter Kaffee-Liebhaber bist, dann weißt du wahrscheinlich schon genau, welche Art von Kaffee perfekt für dich ist. Aber wenn du abnehmen willst, ist es vielleicht an der Zeit, die Dinge zu ändern. Du musst nicht komplett auf Kaffee verzichten. Achte nur darauf, wie viele Kalorien dein Lieblingsgetränk hat. Um hunderte von zusätzlichen Kalorien einzusparen, solltest du auf Creme und Zucker verzichten und deinen Kaffee stattdessen schwarz trinken. Das klingt anfangs wieder schrecklich, aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Nummer 4 Finde Freunde im Fitnessstudio Ich weiß, ich weiß, du hast keine Zeit ins Fitnessstudio zu gehen. Aber wenn du Zeit hast, dich mit Freunden oder Kollegen in einer Bar oder in einem Café zu treffen, dann kannst du auch folgendes ausprobieren. Organisiere eure Treffen im Fitnessstudio. Vielleicht sind deine Freunde sogar bereit, sich ein paar Mal pro Woche zu regelmäßigen 30-minütigen Treffen zu verabreden. In der Mehrheit liegt die Kraft, oder? Du wirst überrascht sein, wie viel Zeit du tatsächlich für Sport hast, wenn du einfache Maßnahmen ergreifst und dir die Zeit nimmst. Warte nicht länger auf bestimmte Gelegenheiten in deinem Leben. Erstelle sie selbst. Nummer 3 Isst etwas Leichtes zu Hause, bevor du zum Essen ausgehst. Du isst bei jedem Restaurantbesuch etwa 1000 Kalorien. Das entspricht bei nur einem Besuch in etwa der Hälfte deines Tageslimits. Aber wenn du vor dem Ausgehen etwas fettfreie Brühe oder einen Salat mit einem leichten Dressing isst, kannst du diese Menge leicht um 20-30% reduzieren. Probiere es mindestens einmal aus und sieh selbst, wie du nur ein paar Stücke Pizza isst. Und wenn du das regelmäßig machst, wirst du schneller abnehmen, als du denkst. Nicht zu vergessen, du sparst viel Geld. Nummer 2 Probiere Aromatherapie Wir reden hier nicht von der echten Sache, sondern von einer Art Essensaromatherapie. Es ist seit langem bekannt, dass verschiedene Gerüche deinen Appetit beeinflussen. Nun, der Geruch von Bananen, Birnen und Äpfeln kann zum Beispiel deinen Appetit reduzieren und das Verlangen nach Süßem loswerden. Das ist unser dritter Diät-Trick für alle Naschkatzen da draußen. Wenn du einen weiteren Keks willst, dann tausche ihn gegen eine Birne aus oder nimm einfach das Aroma wahr. Das wird dir helfen. Nummer 1 Iss eine leichte Suppe statt einer schweren Mahlzeit. Deine Reise zu einer schlanken Figur sollte mit der Überlegung zu deinem Tagesmenü beginnen und wie dieses verbessert werden kann. Wenn du beginnst, mageres Fleisch oder gemüsebasierte Suppen als Hauptgericht zu essen, wirst du in kürzester Zeit ein paar Pfunde verlieren. Leichte Mahlzeiten enthalten viel weniger Kalorien und hinterlassen kein schweres Völlegefühl, bei dem du kein Essen mehr sehen willst. Beachte also diesen wichtigen Schalter, bevor du deinen Diätplan erstellst. Welche Gewohnheiten haben dir jemals geholfen, unerwünschte Punde zu verlieren? Verrate sie uns in den Kommentaren. Vergiss nicht, dieses Video mit all deinen vielbeschäftigten Freunden zu teilen, damit auch sie ein paar einfache Tricks zum Abnehmen kennen. Bleib auf der Sonnenseite des Lebens und bis bald! Du bist zu spät!